Die zukünftige Vorzeigewohnung, der absolute Traumpartner, die neueste Supertechnik. Wir suchen, vergleichen und bewerten alles, oft sogar die verrücktesten Dinge. Bevor wir unsere neue Handtasche bestellen, lesen wir nicht nur alle Fashion-Blogs, vergleichen Designer, Preise und Stauraum. Wir müssen auch wissen, wie effektiv sie sich zur Selbstverteidigung benutzen lässt. Große Taschen sind in Mode, eignen sich hervorragend, um ordentlich Kopfschmerzen zu bereiten. Wer auf orientalische Verteidigungstechniken setzt, ist mit der festen Ledertasche bestens beraten, solange man mit ihr umgehen kann. Auch wenn die Clutch ein platzsparender Reisebegleiter ist, sind ihre Verteidigungsqualitäten leider ziemlich begrenzt. Darf ich vorstellen, der Terminator unter den Taschen liegt gut in der Hand, schwingt ordentlich mit und spielt bei der Rückhand das volle Potenzial aus. Punkt 2 Punkt 3 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5